Hallihallo liebe Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play über Punisher. So wir sind beim Bossfight Eddie Nucci und stürmen einfach mal die Tür der Leier. Gott warum haut er denn jetzt ab? Eddie, ich krieg dich so oder so. Hm. Seltsam. Ich bin schon eine psychische Frau. Da ist er, Alter. Ja, komm. Nucci! Ich mach Nucci. Suck at that. Alles klar. Da ist noch einer. Nucci, bleib stehen. Aha. Kannst auch mal stehen? Das gibt es nicht. Das wird mir jetzt gerade ein bisschen heiß. Flash, Flash, Flash! Wer hat hier die Flash geworfen? Verdammt. Okay, ich kann wieder laufen. Laser. Ist das wieder hochgelaufen? Halt still, dammit! Cool, mit den Knives habe ich ihn richtig schön damage gebracht. Der ist fast zu weit, der ist fast zu weit. Was nicht? Hint. Ja, verdammt. Wo ist dieser Sack? Den kriege ich noch. Der ist hier. Der darf doch nicht immer weg. Der habt ihr, verdammt. Oh mein Gott, war das ein Bossfighter, ey. Welche letzte Worte, Eddie? Mein Mann wird nie bleiben, bis du tot bist! Ich bin dran. Ich bin dran. Das ist ein Bossfighter, ich bin dran. Oh mein Gott, das war ein Bossfighter. Das war das nicht. Ich bin dran. Ich bin dran. 22 Weapon Machine Gun Challenge Mode Bronze Mittel New Concepts Ab zum Apartment, wie sieht's mit der Zeit aus? Auch wir haben noch genug Zeit die nächste Mission zu starten Warzone Pier Nucci Estate Cool, wir haben zwei Missionen frei Machen wir uns das Nucci Estate Ah, da werden wir diese alte Lady Schlappen Hell of a Funeral, Frank Hey, es war wie eine von den Ägyptischen Sachen, wo sie all die Pfarrer zu töten, sodass sie ihn in die Nachwärmung Just so, Soap Except diese Leute waren alle überdressen für den Ort, wo sie die Zeit spenden. Hey, ja Back zu den Nucchis, Frank Not content with killing both of Ma Nucci's sons and hundreds of her business associates, you felt the need to kill her, too Ah, das ist zu schlecht Das ist zu schlecht Du und Ma haben wir eine gute Beziehung So let's talk about what happened the next night at the Nucci's estate Isma, her hired assassin bushwhacker, dozens of Nucci soldiers Und du, Frank Und du, Frank Das ist der Punisher Das ist der Punisher Das ist der Punisher Hm, der Bug gerade so ein bisschen schön Dann nehme ich dich halt Ist mir egal Ist ja langweilig Du kannst mich nicht sprechen Ja, ich will dich schon sprechen Ich weiß nichts Die Ma hat die ganze Familie in Du kannst es nicht machen Wer hat dich denn gefragt? Wow, wie tief das war Ist ja gut Gut Hm Was war das für eine Schlamperei? Ich habe mich einfach verletzt Oh Aua Oh man Was ist das denn da? Ach so, ein Uzi Ne, brauchen wir nicht So, hier ist nichts Gut Hm, es geht rein Oh, da ist er Oh, da ist er Keepers finally let you out of the zoo Just shoot yourself and save me the bullet Smile castle You're gonna see your family again Oh I'll be back, bushwhacker Bushwhacker Gut Gut Hey Junior, go get us some wine Why do I have to do everything around here? Iiii Lustig Junior probably hurt himself I'll check it out Fuck You got him? Ah Schon hier so eine Glotz aus Panzerglas Suck me down Fuck, komm her Wir brauchen Hilfe Nein, nicht da Was? Moment mal Ist das eine MP5? Tatsächlich Oder? Nee, es ist doch Hier geht mein Haus Du Höh Die ist ja cool Taktische MP Oder so Hm Zack in die Fresse Ups, habe ich ihn gekillt? Sorry Cool Du bist ja immer cool Du bist ja immer cool Höhöhöhöhöh Ich soll gar zwei davon Huh Okay Wie geht's eigentlich hier schon wieder Du bist nicht, Anucci Wer bist du? Never mind Wer bist du? Mein Name ist Pete Komm her, du musst mich raus Ich werde mich raus Warum hast du geflogen? Sie holen mich und Sam Hey, hast du gesehen Sam? Vielleicht Was er eine Schreie mit einem Schreie? Nein Sie haben ihn in der Raum in der Halle Ich hör ihn screaming Er ist tot Bummer Anyway Du hast den Schlag und mich raus Der Schlag Der Schlag Hör die Pfeffer in der Halle und du siehst die Städte Wie wirst du das wissen? Einige Leute gingen da hin, als ich hier geflogen wurde Ich werde dir wissen Alles klar An der Stelle möchte ich dann wieder abbrechen Die Zeit ist vorüber Und bis dann Leute See ya later Die Zeit Die Zeit